Tanzen ist Silber, Rollen ist Gold. Hier ist... Skate Fieber! Stars auf Rollschuhen. Acht Promi-Paare treten hier gegeneinander an. Wir geben sowas vom Vollgas. Wird eine riesen Herausforderung. Das Paar mit den wenigsten Punkten muss die Show verlassen. Ich will dieses Fieber sehen, ich will die Passion sehen. Skate Fieber, Stars auf Rollschuhen. Ab 10. Oktober, 20.15 Uhr. Neu bei RTL 2.